So, da sind wir. Ist schon einer da? Ah, da sind sie alle. Da sind sie alle. Was wieder? Ich sag immer, filmt ihr mich, wenn ihr hier gar nicht in den Ungerbuch schießt. Jungen, du bist halt immer zu spät. Moin zusammen. Moin. Wieder im Doppelpack. Also wir sind jetzt einen Apel hochgefahren, der Rad hat auch keine Störungen gehabt. Ist schon bemerkenswert für heute. Z aspects. S S E R T Z T Z S E R Z S E R P Z S E R T J Ö N T Z M D Z S S E R T Z S E R T König Sprünge König Sprünge Ja ist geil 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 Ja Geil 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 locomoto Geil 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 oh repariert so 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 das war doch zu knapp das war doch irgendwo irgendwas Komm hier Schnullis. Ich vorfahren? Nö, das ist mein Zwin vorfahren, das sind Arumtrails hier. Der ist hier gerade reingefahren, fast. Der ist hier gerade reingefahren fast? Der Zwinni. Ich seh nix! Ich bin abgerutscht von den Pedalen. Gib Gas! Nichts! wo fährst du lang? wo bist du lang gefahren? wo bist du lang gefahren? oh Leboy, kommst du auch? ja mein Ding wir wollen die Leute in der Klemmt sie kennst du doch gar nicht ne, ich geh auch nicht so hallo, das muss Video die Leute mögen uns so wie wir sind und nicht verstellt wo ist mein Limoncello? wo ist mein Limoncello? wo sind die Becher? wo sind die Becher? nix merkst du ne? selbst gebrannt da merkst du sofort ne, hier merkst du sofort wie er runter geht ey, war nicht so ein Gesicht? hab ich nicht gesehen Bruder komm oh bitte nicht ey ok 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 es gibt keinen geileren Schwell bei dem Wetter wie sind denn leben die Jungs hier? oder lass mich hervor alter hau ab, du bist zu lehm nein wieso ich alter? wer war denn vor mir, du Lampen? ist der lehm ey der Boden ist so krass hier jetzt Mitch, jetzt komm Mitch, komm du bist ein richtiger Lappen ich kann nur so schön wie am vorne machen du, ich hab da zweimal gelegen ich hab da jetzt und der Lars liegt auch riecht gut nach Bremsen ne krass riecht alter ich feier noch mal die schöne Kürze guck dir her du lehmol ja der Brummi alter der hält alles auf Lars Schiller schluss hallo bisschen mehr Gas Lassi cars Ja Hans, ist egal, du musst, hallo, was ist denn mit dir, scheiß Mundraker, kauf den Specialized. Ja ich weiß auch nicht. Junge, ja sicher fahren die durch. Ohohoho. Falschelleien gibt es ja nicht. Ja, was ist denn mit Chippo Mundos, Alter. Mit seinem Betti. Schwalbe, nö. Hör auf. Ohohoho. 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 Komm, klar, Sache. So weiter geht's. Hier, Angststelle. Ohohoho. 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 Der letzte Laneboy, Alter. Schön vorgedrängelt. Guck dir an, der ist wohl nicht da. Ja, aber du, du warst ja nicht schneller. Was soll ne Klappe? Was will ich sehen? Jetzt kommt er, fünf Minuten. Was ist denn los? So, Ralle. Komm, hier Laneboy. Ich liebe meinen Kenebo. Ich liebe meinen Kenebo. Hey Laneboy, was ist mit dir? Ohohohoho. Ah, im zu schweren Gang drin. Wie war diese Ausreden? Ah! Ah! Ja! Ah! 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 Ah, Junge! Ja! Junge, ich weiß wie das jetzt ist. Wer vorführt, ist es vorbei! In der Fahrt ist immer einfach. Du hast so dicke Backen, mein Freund, Alter. Du bist im Training, ich nicht. Du hast auch dicke Backen gehabt. Ich habe dich nicht gesehen, Alter. Alles gut? Ja, ja, jetzt ist es passiert. Ey, jetzt warte! Ist das dein Penner, Alter? Naja... Wie ein Winterberg hauft sich wieder ab. Der liegt, Alter. Ich wusste, dass er liegt. Ich wusste, dass er liegt. Ich wusste, dass er liegt. Boah! Geil! Mitch hat sich lang gemacht. Ja, da ist doch Mitch an der Stelle hier. Ja, ihr habt so wie Bommel angeguckt, Alter. Das ist Safety-Car. Das ist hier nicht Safety-Car. Hier ist schon Warm-Up, Alter. Hier ist Safety-Car, Alter. Ja, sicher. Warum? Weil du so lehn bist. Oh, das... Das war nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Oh, 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 oh! Hä? Wichtig. Hey, Junge, ich hole eine rein, Alter. War nicht nochmal so eine Chance. Junge, ich wollte meine Knochen sortieren, Alter. Guck mal, hier bin ich reingedrungen, Alter. Die ist hier, Alter. Ich merke sofort. Ich bin froh, dass ich Scheiße anhabe, Alter. Da hab ich hochgerutscht. Ey, wo du schon hast? Ja, da hab ich zwei Weizen am Boden drauf. Du willst du dich auch nicht hören? Du Lappen. Wer fehlt denn jetzt? Gar keiner. Ach, der zwei soll... Habt ihr gar nicht gemerkt, dass der weg ist, ne? Doch, doch. Aber erst, wo ihr zu spät war. Boah, warte, jetzt fangt. Ich hätt nicht erst verhaken. Boah. Das ist bei der Ober-Fahrrad geschraubt, Marcelo. Der hat nicht geschraubt. Ach so, am Lappen. Ja, ja. Okay, Leute, da geht's. Lappen-Tour hier. Ich bin mit meiner Dremse... Ich bin mit der Dremse eingeweiht, Alter. Boah, da geht ja schon mal ein schönes Luchster hier. Alles Gäste. Wo da war die ist? Was ist das für ein Scheiß jetzt hier? Was ist das, Alter? Was haben sie angesagt? Draupel. Was ist los? Was ist das, du Ober-Lehnen-Boy? Was ist denn für ein Dreck hier? Hä? Was ist denn für ein Dreck? Boah, was ist das hier? Oh, Schnee, Alter. Haupe? Das ist doch scheiße. Fertig. Los. Guck, das war's. Lorenz kommt. Es geht weiter. Los. Ist das doch noch auch etwas zu grauen? Oh, jetzt haben wir die beiden Lehnbaums vor mir hier. Lass ihn nie wegfahren nach vorne. Okay. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wer war das? Dass ich nie. Wuhu. Wuhu. Fertig. Wuhu. Untertitelung des ZDF, 2020 der Absatz wird auch immer heftiger Aber du warst schon drüber, der ist hier, über die Wurzel ist er geflogen Aber du warst schon drüber, hier ist er Hier, von dem Ding hier Komm, komm Das ist scheiße hier Sie hat den Boden, der doch nicht Och nein, ich will hier schon Speed-Up machen Du bist doch der Anti-Pedaleer Aber hier mag ich das Man muss das mögen Ja, wo es drauf ankommt, der bremst Ja, der ganze Flow weg Ja, wo ist das, was ich denn? Ja, wo ist das? 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 Boah, das ist auch eine Kante hier Oder? Ja, wo ist das? Lappen, richtiger Lappen Boah, diese Stufen, Alter Die sind immer so auf Kante Ich sag, die drei Stufen, die sind immer so auf Kante Du kannst nicht bremsen Guck mal den Laneboy an Wo ist der andere Laneboy? Da ist ein richtiger Flow Laneboy da oben Da kommt er So, wir haben fertig Guter Tipp von Lasi Schöne warme Finger unter den Handschuhen Und jetzt wird sauber gemacht Aber ich muss nur mal kurz rüber, wie ich mit dem Lappen glaube ich Dann ist alles gut, oder? Das ist sehr schmutzig alles hier Mal kurz mit dem Lappen, dann ist das Zack Es works Achso, ganz wichtig Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke Und freut euch auf unsere Videos Macht's gut, ciao, ciao Das ist ein Abo da, aktiviert die Glocke